Wolf Dietrich Schneider ist ein deutscher Journalist, Sachbuchautor und Sprachkritiker. Leben Wolf Schneider ist ein Sohn des Rechtsanwalts und Politikers Bruno Schneider. Er wuchs in Berlin auf. Nach dem Abitur leistete er seinen Kriegsdienst bei der Luftwaffe. Nach Kriegsende arbeitete er zunächst als Dolmetscher bei der US-Armee, ab 1947 dann bei der Münchner Neuen Zeitung. Einer Zeitung der US-Militärregierung, zunächst als Volontär, anschließend als Redakteur. Von 1950 an war er sechs Jahre lang Korrespondent der Nachrichtenagentur AP, später Leiter der Nachrichtenredaktion und Washington-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Für das Werner Friedmann-Institut war er in dieser Zeit als Dozent tätig. 1966 wechselte Schneider zum Magazinstern, wo er zuerst Chef vom Dienst und ab 1969 Verlagsleiter war. 1971 wechselte er zur Axel Springer AG, um einen Antispiegel zu entwickeln. Das Projekt wurde eingestellt und er wurde 1973 Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt, damals Hamburg, weil Schneider einen kritischen Kommentar über den chilenischen Diktator Pinochet erscheinen ließ. Erregte er den Unmut Axel Springers und wurde nach nur gut einem Jahr abgelöst. Schneider blieb aber zur besonderen Verwendung bei Springer. In dieser Funktion vertrat er mit zahlreichen Wortmeldungen den Standpunkt des Axel Springer Verlages. Als Günter Weilraff 1977 sein Buch der Aufmachern über die Praktiken der Bild-Zeitung in öffentlichen Veranstaltungen vorstellte, 1979 wurde Schneider zum Leiter der neu gegründeten Hamburger Journalitenschule berufen. Er stand bis 1995 an der Spitze dieser Ausbildungsstätte für Journalisten, trug in diesen Jahren zum guten Ruf der Schule bei und machte sich einen Namen als Sprachlehrer und Kritiker. Wolf Schneider bestieg 1980 im Rahmen einer Georeportage das 4505 Meter hohe Weißhorn nahe Sermatt. Von 1979 bis 1987 und 1991 bis 1992 war Schneider einer der Moderatoren der NDR Talkshow. Von Mai 2009 bis 2011 äußerte er sich in der Videokolumne Speak Schneider auf Süddeutsche. D. Regelmäßig zu Themen der deutschen Sprache Für das Monatsmagazin in ZZ-Folio der Neuen Zürcher Zeitung schrieb er von 1991 bis 2013 Artikel und Kolumnen. Schneider lebt heute in Starnberg, Sprachkritiker und Sprachstillehrer. Von 1995 bis 2012 hielt Wolf Schneider Sprachseminare für Presse und Wirtschaft und war Ausbilder an Journalistenschulen. Er schrieb 28 Sachbücher, darunter Standardwerke wie Deutsch fürs Leben, was die Schule zu lehren vergaß, Deutsch für Kenner. Die neue Stilkunde, Deutsch für Profis, Wege zu gutem Stil und das neue Handbuch des Journalismus. Seit der Ausgabe vom Januar 2012 erscheint das neue Handbuch des Journalismus unter dem Titel Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus. Schneider rät zur knappen, aber informationsreichen Schreibweise. Wolf Schneider gehört zu den Kritikern der Rechtschreibreform. Im Herbst 2005 gründete er zusammen mit dem Vorsitzenden des Vereins Deutsche Sprache, Walter Kremmer und Josef Kraus, dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, die Aktion Lebendiges Deutsch. Schneider gehört auch zu den Kritikern der Gendersprache, da sie seiner Meinung nach zu einer lächerlichen Wehrumständlichung des Deutschen geführt habe. Auszeichnungen 1994 Medienpreis für Sprachkultur der Gesellschaft für deutsche Sprache 2007 Honorarprofessor der Universität Salzburg 2011 Henry Nannenpreis für sein Lebenswerk 2012 Journalist des Jahres für sein Lebenswerk 2014 Bundesverdienstkreuzi Erste Klasse Schriften Zur Sprache Wörter machen Leute Magie und Macht der Sprache Pipa, München, Zürich 1976 ISBN 3-492-022189 Taschenbuch Ausgabe Rowold TB, Rheinbeck bei Hamburg 1986 ISBN 3-499-17277-1 15. Auflage Pipa TB, München, Zürich 2009 ISBN 978-3-492-20479-8 Deutsch für Profis Deutsch für Profis Gruner und Jahr Hamburg 1982 Taschenbuch Ausgabe Deutsch für Profis Wege zu gutem Stil Illustriert von Louis Morschatz Goldman TB I München 1999 ISBN 978-3-442-161751 Deutsch für Kenner Die neue Stilkunde Die neue Stilkunde Herausgegeben von Heiner Bremer Gruner und Jahr Hamburg Hamburg 1987 ISBN 3-570-079589 Pipa TB I München 1996 ISBN 978-3-492-244619 Deutsch fürs Leben Was die Schule zu leeren vergaß Rowold Rheinbeck bei Hamburg 1994 ISBN 3-499-196956 Deutsch für Werber Edition Publikums Zeitschriften Zeitschriften Akademie von 1997 Deutsch Das Handbuch für attraktive Texte Rowold Rheinbeck bei Hamburg 2005 ISBN 978-3-498-063818 Speak German Warum Deutsch manchmal besser ist Rowold Rheinbeck bei Hamburg 2008 ISBN 978-3-498-06393-1 Gewöhne doch der Konjunktiv Sprachwitzen 66 Lektionen Rowold Rheinbeck bei Hamburg 2009 ISBN 978-3-499-62463-6 Deutsch für junge Profis Wie man gut und lebendig schreibt Rowold Berlin 2010 ISBN 978-3-8-7134-6729 Deutsch lebt Ein Appell zum Aufwachen Zweite Auflage Institut für Betriebslinguistik IFB Verlag Deutsche Sprache Paderborn 2010 ISBN 978-3-942-4-0-9-0-1-8 Sternchen-Sternchen-Sternchen-Parameter-Konflikt DNB Redundant Da ISBN gegeben über Journalismus Unsere tägliche Desinformation Wie die Massenmedien uns in die Irre führen Fünfte Aufwachen Fünfte Auflage Gruner und Jahr Hamburg 1992 ISBN 3-5700-3-9153-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Parameter-Konflikt DNB Redundant Da ISBN gegeben Sternchen-Sternchen-Sternchen-Ungültig 1992 Die Überschrift Sachzwänge Fallstricke Versuchungen Rezepte Mit Detlef Esslinger List München Leipzig 1993 Vierte Auflage Econ Berlin 2007 ISBN 978-3-430-2002-1-9 Das neue Handbuch des Journalismus Rowold Reinbeck bei Hamburg 2003 ISBN 3-499-61569-X Wörter waschen 26 Gute Gründe Politischen Begriffen zum Misstrauen Rowold Reinbeck bei Hamburg 2006 ISBN 978-3-499-621062 Die Gruner Plusjahr-Story Ein Stück deutsche Pressegeschichte Pieper, München, Zürich 2000 ISBN 3-492-042651 Zu anderen Themen überall ist Babylon Die Stadt als Schicksal der Menschen von Ur bis Utopia Econ, Düsseldorf 1960 DNB 454.432.720 Essen, Geschichte des Ruhrgebiets und seiner Metropole Econ 1963 Essen, Abenteuer einer Stadt Fünfte Auflage 1991 ISBN 3-4301-801-12 Soldaten, Weltgeschichte und Psychologie einer umstrittenen Gestalt Econ, Düsseldorf 1964 D.N.B. 560.899.963. Mit Guido Mangold, die Alpen, Wildnis, Eimrausch, Rummelplatz, Geobuch, Gruner und Jahr Hamburg 1984 Dritte Auflage 1989 ISBN 3-570-02380 W.Veneandertal W.Vene Andertaler Der Abenteuerliche Aufstieg des Menschengeschlechts ISBN 3-492-0239-1-6 Neu bearbeitete Taschenbuch-Glück Glück Eine etwas andere Gebrauchsanweisung Anweisung RORO 62.231 Sachbuch Rheinbeck bei Hamburg 2008 ISBN 9783499622311 Mythos Titanic Das Protokoll der Katastrophe 3 Stunden, die die Welt erschütterten Gruner und Jahr Hamburg 1986 ISBN 3-570-05991X Bechter Münz Augsburg 1997 ISBN 3-860475533 Taschenbuch Ausgabe RORO 62.781 Rowold Rheinbeck bei Hamburg 2012 ISBN 9783499627811 Die Sieger, wodurch Genies, Phantasten und Verbrecher berühmt geworden sind Gruner und Jahr Hamburg 1992 Taschenbuch Auflage Pieper TB 2217 München, Zürich 1996 ISBN 3-492-22217X Wie man die Welt rettet und sich dabei amüsiert Rowold Rheinbeck bei Hamburg 1995 ISBN 3-498062948 Ampuls des Planeten, Expeditionen, Zeitreisen, Kulturgeschichten 18 Georeportagen, Hoffmann und M. Kampe 1999 ISBN 3-455-112803 Taschenbuch Ausgabe Pieper München 2001 ISBN 3-492-231616 Große Verlierer Von Goliath bis Gorbatschow Rowold Rheinbeck bei Hamburg 2004 ISBN 3-498063650 Der Mensch, eine Karriere Der Mensch, eine Karriere Rowold Rheinbeck bei Hamburg 2008 ISBN 978349806405-1 Taschenbuch Ausgabe RORORO 62.427 RORORO Sachbuch Rowold Rheinbeck bei Hamburg 2010 ISBN 9783499624278 Die Wahrheit über die Lüge, warum wir den Irrtum brauchen und die Lüge lieben Rowold Rheinbeck bei Hamburg 2012 ISBN 9783498064181 Der Soldat, ein Nachruf Eine Weltgeschichte von Helden, Opfern und Bestien Rowold Rheinbeck bei Hamburg 2014 ISBN 978349806497 Punkt, Autobiografie Hottenton Stotter Trottel Mein langes, wunderliches Leben Erste Auflage Rowold Rheinbeck bei Hamburg 2015 ISBN 978349806458 Sternchen 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 Parameter Konflikt DNB Redundant Da ISBN gegeben Zitate Der Soldat получилось inter Der Soldat Werde mich